Hey, ich bin's wieder, eure Festivalbloggerin Nele und ich berichte euch heute vom Kinderfilmfestival Lukas. Viel Spaß! Heute ist die Weltpremiere von Clara und das Geheimnis der Bären. Es sind ganz, ganz viele Kinder da. Die freuen sich schon sehr auf den Film, sie sind sehr aufgeregt. Aber es sind auch viele da, die beim Film mitgewirkt haben, unter anderem die beiden Hauptdarsteller. Aber jetzt geht gleich der Film los, deswegen müssen wir ganz schnell alle auf die Plätze. Husch, husch! Das heißt, wir haben eine Weltpremiere und in Zukunft beim Festival, wir haben auch Gäste da, diejenigen, die den Film gemacht haben. Und da haben wir einige, ein ganzes Team. Vielleicht könntet ihr euch einmal kurz erheben. Die Clara ist zum Beispiel da, also die Ricarda, die die Clara spielt. Wo bist du, Clara? Ja. Da, Applaus. Die Clara spielt. Der neue Freund von Clara, genau. Da, ja. Und wir haben vielleicht auch den Schörer da, den Robias. Wo ist er? Ja, einer da. Jetzt ist der Film vorbei, aber wir gehen nicht nach Hause. Wir haben noch Zeit, den Mitwirkenden des Films Fragen zu stellen. Wie ist es, wenn man in Regen kommt? Wer möchte die Frage beantworten? Du hast in Regen. Es ist nass. Nee, aber ich hatte drunter unter meinem Kostüm dann noch so Regensachen an, dass ich mich nicht erkälte und so, aber es ist nass. Jetzt ist es Zeit, ins Foyer umzuziehen, denn ganz, ganz viele Kinder warten schon auf den nächsten Film. Und im Foyer haben die Kids weitere Fragen an die Mitwirkenden des Films. Ich hingegen spare mir meine Fragen noch auf und entführe die anderen gleich zu einem Exklusiv-Interview. Also hier habe ich jetzt Ricarda und Damian aus dem Film Clara und das Geheimnis der Bären. Und ja, seht ihr euch denn, also findet ihr das gut, wenn ihr euch im Fernsehen seht oder ist euch das eher unangenehm? Also ich finde es eher unangenehm, wenn ich mich selber auf der Leinwand sehe, gerade meine Stimme zu hören. Also ich mag das nicht so gerne und ich denke dann immer nur so, ich kritisiere mich dann halt viel und denke dann wirklich so, oh nein, wie spiele ich das denn? Das muss man doch viel an, musst du doch auch zum Boden gucken oder weißt was ich was. Ganz andere Sachen einfach, also ich bin dann sehr kritisch mit mir, würde ich sagen. Ja, also mir geht es genauso. Man kritisiert sich halt dann immer selbst und es ist ja auch eine Rolle, also man sieht sich da schon selbst, aber man spielt ja eine Rolle und dann ist nochmal was anderes. Und ich finde es auch nicht so toll. Da haben wir alle drei was gemeinsam. Also wir haben jetzt hier ein paar Kinder der Tickstor-Schule und die haben den Film gerade gesehen. Und wie fandet ihr denn den Film? Das war spitze! Klara, würdest du anstelle der richtigen Klara da mitspielen oder hättest du ein bisschen Angst? Also ich hätte schon ein bisschen Angst, aber ich würde mitspielen, also nicht wie in den Bären, aber ja, jeder hat mal Angst vor seiner Rolle, glaube ich. Das war's für heute hier beim Lukas Kinder Film Festival. Wir sehen uns morgen mit tollen neuen Filmen und schaltet wieder ein. Tschüss! Lukas!